Hallo und Willkommen, mein Name ist Dany Roy P. Und bei der Mittel Mario Master, hi! Die Musik passt echt gerade. Ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, das hier ist die Duel Zone. Aus Super Smash Bros. 64. Ja, jetzt wo kein Gruppe mehr draußen ist. Kein Gruppe und keine Hochzeiten. Können wir jetzt anständige Musik hören, ne? Ja, klassisch! Okay. Theoretisch, wenn alle Medaillen her haben, wir jetzt mit jedem Charakter, wie viele Charaktere gibt es ? 72? Ja. Dann müsste er 144 mal irgendwie das Spiel. Wen soll mir den nehmen? Ich weiß nicht. pokémon da hier pokémon da hier hier ist pokémon wir nehmen irgendwelche pokémon ok neben seinen pokémon und ich habe ein pokémon youtube es kann nur eingeben ich nehme dann so genau von denen jeder gedacht hat damals das web youtube als der trailer angekündigt worden ist unser erster kampf gegen glora und hauser das war aufladen ich glaube das wasser pokémon los sehr effektiv du bist doch das wasser pokémon naja noch nicht ist es ist es schmuckballer ausgleichen das ist sehr effektiv eigentlich ist eigentlich normal wir haben sie geben als du es angegriffen hast jetzt müssten glaube ich ja die genau die elektro sowieso zusammen ist das bestes pokémon irgendwie seid braun wird irgendwie weiß ich mit kaputt irgendwie geschickt habe ich dort geht ja warum ein genau die passen wir so gut zusammen und jetzt ist sie weg das war ein pokémon gefangen hatte ich das glaube ich mag auch sehr gut hat da gegessen kampf pokémon dass du kario den schnappen wir uns hier ist bestes kampf geweckt waren auch glatt war lange auf die achten ich bin züge pokémon also ich mache alle fertig ich habe nicht mal schaden erlitten hier perfekt weil ich kein schaden erlitten habe 1 und es ist 1 ich zurückziehen ich bin effektiv weil dieses buch und sein gift pokémon das stamm ich mir jetzt pflanzen pokémon was gibt es runtergefallen ich habe nicht gesehen das spiel war zu hektisch ich habe es nicht gesehen was mit dem passiert aber zwei gegen einwand habe ich hatte auch den kampf zwei gegen einen gehabt ich wollte ich noch nie gespielt fast wenn man charaktere nehmen wie ich auch spielen kann das nimm das also jetzt bin ich vorbekommen dass das auge gesehen ja das auge youtube ness und lukas sicher pokémon das ist das beste sicher du bist du bist dagegen gegen stark bist du und nicht pokémon ja stimmt alter springer attacke 1.0 auf die poste schicke und quatsch zu kommt die schnappen wir uns das meine angriff abgelockt hast du ihn verdammt gott ich möchte stehler kommt den auch hat immer fest das war cool extra klasse gott mit wehtun die poste werden wehtun was diesmal schaffe ich damit den schwarzen noch pass auf hier muss gewohnt mich ich habe das schon okay er muss überleben das ist muss klappen war das schwarze loch hallo schnell sind wir ja durch grant klar aus hier habe ich mal mit überlebt wenn ich das finde ich schön ja ja er schon wieder am meisten an und so ein warum er hat kein bock mehr auf die ende müssen sie ja auch lange so mein gott wieder die na jungs aber der schmack ab aber darauf kann ich gar nicht dass der dual laser angriff also du bist voller farbe was ist mit dir passiert konnte dann wollte ich hatten aber kann verbrauchen mit delegator mit gauern das hat gesehen ja konnte du schaffst es sind also zwei hände kontakt also hast du den finger gesehen kontakt oder eine sich die blume auch nicht scheiße vor zu ziehen ja ich mein von oben platt ja oh gott das hat mich voll gerettet sprinckler 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 wasser machen ich bin 666.000 8,8 aber warum hast du kein Wind erzeugt weil sie dass ich einen erbildlichen Anfall bekomme hast du Wasser erzeugen müssen erzeugt warm Wasser wo ist er verletzt? da kommt Wasser auf seinen Mund, ja tot dead not a big surprise der Weg ist mir letztens gesendet das Lied es gibt davon ja und er ist nicht vormachen von ja ja was das war nie der volle Lied davon so kann es auch wenn der penis hat penis das war ja auch penis ich glaube wir machen auch ein paar mal ja genau das können wir machen da warst du das war ich nicht das war ich nicht das war immer noch nicht getan mir irgendwann mal geholt habe ich dann ein paar wochen danach gespielt danach habe ich irgendwie auch gehört warum? weil sie nicht also da musst du überhaupt ahnung wenn ich mal so weit gekommen ist doch irgendwie so bei so level 20 oder so ungefähr mit meinem pokémon ich würde schon gerne spielen aber irgendwie schon wieder so lange her ja jetzt wollte ich auch nicht mehr jetzt schon wieder ultrasonne und ultramod und leise was rausgekommen ich habe gar nicht ich glaube ich habe wieder ein pokémon schwarz und weiß zwei irgendwie schwarzer gespielt da weiß noch weiß habe ich gespielt ich bin schwarz 2 geholt und das sind die durchgespielt ne schon ein bisschen doof da kommt sogar am da geht man auch nicht da hat er aus als würde ich die ganze dagegen nicht kollidieren das ergebnis ist der fröhliche maskenhändler ja und die perücke und neue musik für street weiter ach ja da gibt es ja auch noch logia das mächtigste punkt überhaupt sonst vergessen da gibt es ja noch einen erfolg von kinkau und spieler von 50 45 sekunden wir haben uns noch voll zeit gelassen wir haben das also in den punkten wir brauchen punkte ich wollte schon sagen es ging nicht um zeit wir brauchen punkte wir werden jetzt willst du nehmen ich bin ich danach irgendwie ich will noch mal gucken und pokémon trainer ja komm nimm du mal pokémon trainer ich bin ein anderen kämpfer ja warum trainer bin ich ehrlich gesagt nicht wenn ich euch mit dem klarkommer soll ich mal nehmen da ist auch ein pokémon trainer ja genau in dem oli mal den absolut schlechtsten körper überhaupt ja soll ich dann pokémon trainer ja nämlich auch ein ja man im weiblichen ok nämlich den männlichen bist du auch weiblich nehmen oder was nein ich bin wie kann man das jetzt haben wir ich möchte mit dem anfangen ok zukünftiger champion ja wir sind champions es gibt zwei champions es gibt zwei champions ja bist du dann ich ja pikachu hier okay ich muss mich gerade an die szene erinnern ja ja war auch scheinbar okuba und ne schau zu dann kam ja noch einmal in einer folge vor als geist der einheit so geisterkarten gespielt und da kam irgendwie groß da habe ich nur kauft ich habe irgendwie breakdance gemacht ich habe gesehen ok wir haben pikachu gecatcht das will keiner haben ich hasse pummel ist so ein scheiß charakter für smash damit wird er oft benutzt glaube ich leider wir müssen immer irgendwie rest ja gegen aus ich weiß was ist so eine ekelhafte taktik aber ja kommt zurück und jetzt kommt lucario das müssen wir uns fangen haltet ein pokal bereit ja gegen das feuer effektiv halt da ja 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 aber ich bin nicht gestorben ja doch ich habe eine sekunde später sekunde später ist passiert tatsächlich gegen wo ego so gefangen wo sich die master pokémon ausräumen war ja ich möchte noch mal man macht ja kein schaden wir haben ja 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 Oh mein Gott! Ein Boss aus Brawl! Habt ihr's gesehen? Ja, stimmt. Vorsicht! Oh Gott! Naja... Uig! 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 Hurra! die klassische pose pokémon rot und blau quasi zu den stoppen wir uns ja von pflanzen pokémon draußen gut hier bleibt frankenheb mit kopfnuss kugel saß dass ihr blatt die bildet bonn bonn in die fresse schon wieder breakdance da schon wieder ich habe es auch getan dieser sammle überhaupt sein könnt ihr das wieser knospe pokémon trainer ich meine allgemein die evolutions keine ahnung gott wird ein bisschen komisch und so auf die pokémon der wetter pflanzen pokémon außen also bin ich mit den bergen ist das aber der hat nicht mehr eingeschafft Oh Look at that but have you seen that but yeah Spiel Surfer Nein, ich kann das machen Also automatisch die ranken anwesieren gut Ein schlag Und sind auch noch welche So in der Und wie war dein tag da war ja wohl ich bin schwarzen loch Ah Ja Also Ja Wenn man ranken würden dann auch anvisieren Aber nicht so 141.000 Juhu Jetzt Mewtwo Und stärkste pokémon der welt Ja Das fangen wir Ich habe meist aber mit seinem namen drauf Ja Genau Darauf dass er nicht seinen löffel auf soll Und nein Moment So wie Manga Ja 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 Klingt mir ein bisschen zu einfach aus Nur im YouTube Also Beim zu zweit ging ein Also Ne Es war es natürlich noch nicht Was Das ist nur eine Hand Die schnappen wir uns Mal auf die Das sind Tomate Die Tomate Nur 13 Nur 13 Nehm ich sie mir Das ist nur noch kalt Das ist nur noch kalt Ja 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 Das ist viel einfacher Ja Ich schätze mich Halt Ja 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 Das ist nur noch Ja war machst du fertig ja wenn wir nämlich nach vom mittelfinger die pause gesehen die idee wird das ja bis jetzt gehört ja dazu mein name ist auch dieser zwei unglaublich und haublech hast du das gesehen ja alter gesundheit der stehe sterbe er die minuten haben wir überhaupt keine zeit gefüllt ja ja erstmal gesundheit und dann machen wir mal ein achter smash ja wir zunächst mal wieder smash kämpfe acht kämpfer und wir sind feinde und ich werde gewinnen richtig langer kampf so dass ein kampf ein ganzer partner ja machen wir das vorjahr weil ich gar nicht wechseln witzig gewesen wenn man in dieser sequenz wechseln könnte ja warum hast du da sich eingebaut sakurai pokémon trainer immer umschließen kann ja das kommen ja die geschenke geschenke man hat jetzt gibt es mir da ja mit mein gar nichts bekommen wenn du noch ein bisschen geld und sohn ja hier geschenke früher hat man das ja immer geskippt man ja nichts dafür bekommen heutzutage macht das spaß und dann macht es aber was zum naschen und zum spielen und schokolade ja 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 mal ab dieser zähne nämlich kennt den schäme ich gefälligst und wenn der mir ab gegen die bierne werden wirft werfen oder lässt mit dem dach zu verzin mit einem apfel kann man essen da ist auch nichts gesundes da keines ist keine schoko und nicht zum spiel drugstore glora klima der falle wird und sagen den eisman den kennt man den eisman kennt man und auch ein anderes zeugs zeug erst mal wieder ausgeben im shop so viel zeit muss sein ja so viel zeit muss sein sage ich was ich gebe nicht wieder also bei mir aus das ist nur mir klamotten anscheinend ja oktober baumeister mario aufwärts vom box auswärts und hier steampunk aufwärts abenteuer modus gegen jemand kämpfen der takamaru hatte die ganze zeit ist mir so viel zugegangen ich muss nur noch ein paar gar ein paar legendäre geister zu siegen wird was in diesem bad im nächsten park gibt es ein nach das match ein extra ja wir bedanken uns alle herzlich für zuschauen und sagen tschüss tschüss